So, mein Lieben, liebe Leute, euer RideTimes. Zurück mit einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich will euch nur ganz kurz sagen, ich werde jetzt gleich abgeholt von meinem Schwager und meiner Schwester. Und wir fahren zu einem richtig geilen See. Der ist zwar außerhalb Berlins, aber er ist einfach nur... Er ist einfach der Hammer, der See. Und so gesagt, ich werde ihn euch zeigen. Also bis später. Bis dahin, Ringehauen. Zap, da ist er wieder. RideTimes. Wir sind jetzt auf der Unterbahn in Richtung Strahl-Sund. Wir waren jetzt gerade in Randeburg, haben hier, wie gesagt, meinen kleinen Bruder abgeholt. Hier vorne mein Schwager und da vorne meine Schwester. Und ja, wir fahren jetzt zum Schechelin-See. Was ich vorhin schon gesagt habe, so geilste See ever. Und ja, wir fahren jetzt ein Stückchen. Wir fahren so circa 30, 40 Minuten. Und ja, bis dahin, auf Wiedersehen. So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Fast schon da. Wir wollten uns einen kleinen Zwischentour machen. Und so, wie gesagt, hier netto. Wir haben sogar Kick hier. Wir haben gesagt, wir wollen nur ganz kurz mal reinspringen. Ein bisschen was zum Futter holen, um uns was zu trinken. Und dann geht es auf jeden Fall gleich weiter. Und dann geht die Reise wieder los. Also, bis gleich, Leute. Bis dann. Tschüss. Da ist er wieder. Wir sind jetzt da angekommen. Wir müssen jetzt hier noch ein Stück durch den Wald gehen, wie gesagt so. Da vorne sind die Gauner. Die Ratschen da vorne. Dann geht es ab, Alter. Ein bisschen erst mal umziehen. Erst mal was futtern und so. Verdauen. Und dann geht es ab in den See. Mal sehen. Also, ich habe gehört, wie gesagt, meine Schwester und mein Schwager waren gestern schon hier. Und da war es richtig mega kaltes Wasser. Aber ich bin ja so ein kleiner Freak. Ich springe trotzdem voll rein. Und ja, wie gesagt, wir müssen jetzt durch ein kleines Stückchen Wäldchen hier, wie schon gesagt. Aber es ist wirklich ein Traum der See. Spektakulär, aber das werden die ja gleich sehen. Bis dann. Zack, da bin ich. Und wir sind angekommen, Leute. Und wie ihr sehen könnt, es ist richtig mega geil leer, Alter. So liebe ich es, wenn so ein Strand... Strand... Zum See ist es schön leer, aber es ist mega nice, wie ihr sehen könnt. Wasser wird auch noch getestet. Hier haben wir schon zwei Endchen. Entdeckt da, wie gesagt, ein paar Leute, aber das war es auch. Geil ist, da ist ein richtiger Kiosk mit einem drumherum. Der verkauft Bier, Pommes, Bockwurst, alles drumherum. Und das Geile ist, sogar eine Meterpizza für 15 Euro. Ich mache jetzt ein bisschen Produktplatzierung für den Imbiss da hinten. Nein, aber es ist mega nice, wirklich ohne Scheiß. Und hier kannst du wirklich im Sommer richtig geil chillen. Man muss zwar immer so ein bisschen fahren, aber das ist wirklich... Also es lohnt sich wirklich so eine Scheiß. Und es ist wirklich auch nie voll hier. Also wirklich, du hast es wirklich nie voll. Es war letztes Jahr hier mega oft. Und es war richtig, richtig geil. Und eigentlich, ich habe es einmal erlebt, dass es voll war. Aber sonst eigentlich hast du immer Platz. Du kriegst hier immer einen schönen Platz. Und wir chillen eigentlich immer gleich hier vorne. Gleich direkt ist die beste Stelle hier. Und ja, richtig geil. Mehr kommt gleich. Hi, meine lieben Leute. Willkommen bei Ride Times. Und zwar springen die jetzt bei dieser Temperatur, 26 Grad Lufttemperatur, 14 Grad nur in diesem See. Mal schauen, ob ihre Eier noch dran sind danach. Viel Spaß. Vielen Dank, meine liebe Schöster, für diese Ansage. Und jetzt geht's los. Ich und mein kleiner Bruder, Schnullebacke, springen jetzt rein. Los, rauskam. Eins, zwei, drei, los. Schöster, schöster, schäfer, schäfer. Okay. So Leute, es war wirklich sehr kalt und erfrüchend und ich bin auf den Stein getreten. Hat echt weh getan. So, wir sind auf dem Heimweg. Ihr seht, es ist immer noch richtig schön knackige Sonne auf jeden Fall draußen. Mein kleiner Bruder hat ein bisschen Kopfschmerzen und nächtigt jetzt hier im Auto, bis wir daheim sind. Und ja, wir haben auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und ihr müsst euch einfach überlegen, so im Sommer werden auf jeden Fall noch richtig geile Videos kommen. Einfach aus einem ganz bestimmten Grund, weil meine GoPro kommt jetzt Ende der Woche an und so. Und da wird es dann richtig abgehen und so, weil wir dann richtig mit dem Boot rausfahren und so. Und von da aus dann mit der GoPro reinspringen werden und so. Es wird auf jeden Fall richtig mega nice. Man muss nur überlegen, so, das Wasser ist natürlich noch nicht so angewärmt durch die Sonne. Ist ja noch nicht so lange Sonnenschein. Aber sobald es so weit ist, wird es mega geil und so. Und dann werden wir da richtig oft draußen sein und so. Und davon wird auf jeden Fall mehr kommen und so. Und da wird richtig geiler Scheiß kommen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ja, abonniert mich. Bis dann. Ciao.